ich will fast noch nein was wolltest du ich wollte nur dänks da haben ja kurz dies andere heute sind normaler holz aber ich bau das kann ich ja jetzt ab denn ich muss mir kurz ein zorn machen unglaublich was für ich muss der zweite form machen unbedingt eine zweite form sonst werde ich noch sterben jetzt nachts das das ja 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 Okay, wir lassen ihn weg sein Perfekt Oh, das sieht nice aus Oh, fuck, fuck Oh, Mann, ey Oh, ich muss mal jetzt ein bisschen Kistenordnung machen, ey Ich muss mir noch einen Teppich zulegen Weil die Nuden, die fliegen nur Nades, Alter Wo denn? Im Spiel Nein, ich dachte am echten Leben Ja, du denk mal nicht, bitte Spass, der Mich im Spiel Ich find du mal erst einen Tunnel leer Die Geige, Tunnel zu finden ist schwer Ist der überhaupt unten? Ich bin gerade bei 26 Ich bin gerade bei 26 Ja, die Scheißrunde auf jeden Fall Boah, shit Boah, shit Trotz dem Ali? Ja, scheiße einfach Ja, Lüsten, dann bist du immer noch auf dem Haus Ja, mein Gott Na ja, danke fürs Zuschauen Hast du schon so ein Getreidefeld? Nein, noch nichts Doch mal weiter Lol, was ist das? Hast du so, willst du denn Getreidefeld hier im Hintergarten machen? Ja Ja, kannst du denn alles machen Leider angeschrieben So, Jungs, schwimm dann weg, ne? Ja Ciao, ciao Tschüss Ciao, bye Jetzt kurz TK Ja Ich hab gerade einen Tunnel gebohrt Also durchgebohrt Ich bin zu deinem Tunnel verbunden worden Alter, dann mach's wieder zu Dann mach's wieder zu Ja, jetzt mach Hä? Ah, ja Vielleicht verweißen Verleg' mir, ob ich weiter farben soll, oder? So So sollen wir schon eigentlich in den Nether Etwas Alter Können eigentlich auch mal Willow, du bist ja wirklich hier Wie loll, du bist ja wirklich hier Hör Alter, wie heißt es, hast du zugehört? Oh, wie die Sonne so schön scheint Klares Wasser bitte gebannt ich gebe mich dann nein wie schön die sonne scheint ist nicht angeben so was als zusammen davon eine angebung habe ich ja findest du das angebung nein ok du bist jetzt unbedingt auge legen alter reich doch was für auge legen natürlich sicher recht langsam gönn ihn doch mal gönn dir nicht gönne alter du ohne scheiß wahr gönn dir selber gönnst du überhaupt IHK irgendeinen ja natürlich grüß die liga hat er gönnt mir nicht die AK ich war heiß, was war die Sache ich triff nicht gerne er meint es ernst sag mal einmal von herzen ich gönne die Olym mit Olym ok Land ich gönn dir Olym ja guck du hast schon verkackt von deiner Aussprache raus habe ich ja kam nicht man hat sofort gefühlt dicker hat so gefühlt ich habe blaue Dix gefunden was ja ich weiß nicht wie es heißt ich weiß nicht was steht denn dort oder mit U oder? Lapis ja Lapis Lazuli wie kommt man denn auf den Namen alter jesuf google mal kurz nach ob es sowas wirklich im Mech gibt google selber alter ich bin hier gerade in einer Höhle ich nicht oder was? boah ich brauch Steine kannst du ruhig an meiner Truhe beginnen mit Steinen ja hast du? direkt da wo die Tunnel Eingang ist bei mir dort ist so ein Club Dings da da drüben da oben ist Dings da so eine Truhe du kannst alle Steine nehmen von mir ich habe gerade so eine Steine gefunden das kann man nicht abbauen das ist dann Dings da das ist Obsidian vielleicht? einer Obsidian wir boben uns ab Diamant Spitzer kannst du es nehmen ach wohin ja ach wohin ja so ey wir hatten von euch schon eine Diamant Spitzhacke ich nicht ich könnt euch eigentlich übertrieben jetzt trollen wieso hast du eins oder was? ey ich kann mir jetzt eins machen Obsidian einer einfach ich plädte Obsidian die könnte es nicht mehr abbauen bei Yusuf werde ich das machen Yusuf okay? denkst du jetzt ich sage okay oder was? hoff ich mal ne er braucht doch nicht auf dein Anverständnis zu warten ja eigentlich schon ich geh und mach es einfach ich geh und mach es einfach ich weiss doch warum weil ich ein Gangster bin zurück live Junge Kaisse da noch gerettet noch gerettet wenn der erste anfängt jetzt zu trollen ey stimmt Yusuf und dann sind wir noch alle eigentlich so in der Bauphase ja so farmen ey Yusuf wenn er wieder irgendwie sowas ankündigt dicker ich töte dich ja ich zünd dein Haus an dann beginnt Krieg auch mit dir Salio du brauchst nicht so zu lachen ich werde dich auch einfach töten okay er ist Hulk er kann jeden töten okay dicker ich bin der Einzige der Diamant Sachen hat ja also wow wird noch kommen wird noch kommen shut the fuck up wird noch kommen oh man wie lang gehts weiter schön 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 wenn meine Hühnerfarme nicht so bereit ist nicht sehen kann nein nein ich hab dein Hack immer du bist neben mir ja ich weiß ich sehe deinen Namen ich sehe dich okay du bist neben mir ja ich weiß ich sehe dich ich wollte ich wollte ahja ich wollte die ganze Zeit nicht die Darts ab ey okay dann bleib du in der Höhe okay ich bleibe dann in meiner Höhe ach scheiss ich weiß was ich für ihn angemacht habe okay Yusuf ja hui aber ja ich gehe mal zu Salih mal gucken was er dort macht er ist ja der Aufrunde geht nicht so ich gehe mal zu 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 ich gehe mal zu